Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video hier auf dem Kanal X-Plane und heute zeigen wir euch mal wie ihr euch kostenlose Flugzeuge für den Flugzeugrollator X-Plane runterladet und zwar von der Website X-Plane.org Genau, dazu geht ihr einfach auf die Seite, schreibt in eure Suchmaschine X-Plane.org, dann kommt ihr auf die Seite, scrollt einfach runter und klickt auf den Link V9 im Zählen-Erkort. Dann kommt ihr auf hierher. Um Flugzeuge runterladen zu können, müsst ihr entweder einen Account erstellen oder euch einfach einloggen. So, also wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr diese Seilen und da gibt es verschiedene Flugzeuge zum Runterladen. Die könnt ihr einfach nur durchschauen, schauen wir uns natürlich weg. Oder ihr macht es wie in unserem Fall und drückt oben auf die Suchleiste und gibt das Flugzeug ein, das ihr sucht. Und in unserem Fall der A350-1000. So, da findet ihr jetzt alle Suchergebnisse, die dafür entsprechen und jetzt sucht ihr euch das Flugzeug. Bei uns wäre es jetzt der A350-1000. So kurze Informationen, dazu eine Bewertung. Ja und auch als Bilder, als Vorschau, damit ihr wisst, was ihr genau da herunterladet. Und ja, wie gesagt habt ihr sehen, ob euer Flugzeug auch 3D-Coptes hat und das ist auch jahrelang. Dann sucht ihr ein ganz einfach für den Bewertungskraften. Das ist euren X-Penzen-Ordner. Und dann geht ihr auf Aircraft und sucht am besten den Heavy Metal-Ordner. So und wenn ihr das denn gefunden habt, dann seht ihr den, in unserem Fall den A350, eben diesen Org nach. Davor müsst ihr aber erst noch die Datei umwandeln. Von dieser Datei, mit dem Assistant. Musst ihr umwandeln in die normale Datei-Krise. Weil andernfalls ist es nicht möglich, den rüberzuladen auf euer X-Penzen-10-Partner. Dann müsst ihr eigentlich nur noch den X-Penzen-10 starten, das Flugzeug auswählen. Und dann könnt ihr damit fliegen. Genau, und das war's jetzt für euch und das erste Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.